Wir sprechen heute über ein ernstes Thema und das tue ich mit einer Dame, die aber trotzdem mit einem breiten Grinsen hier reinkommt, weil ich würde sagen, sie ein sehr fröhlicher Mensch ist. Sie arbeitet in der Notfallseelsorge und liebe Anna Ruschka, Sie sind vor allem Psychologin. Habe ich Sie richtig ausgesprochen? Genau, richtig ausgesprochen. Ich bin Psychologin mit einer Zusatzausbildung als Notfallpsychologin. Das muss man machen, um bei der Notfallseelsorge zu arbeiten? Nein, das sind im Prinzip zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist mein Beruf und das andere ist mein Ehrenamt. Also das müssen wir aber jetzt mal kurz einordnen. Die Notfallseelsorge ist ein Ehrenamt. Notfallseelsorge ist ein reines Ehrenamt. Wie läuft das ab? Wie kann ich mir Ihr Ehrenamt vorstellen? Sie arbeiten hauptberuflich woanders und dann klingelt irgendwann das zweite Handy? So ähnlich. Ich arbeite hauptberuflich, so wie alle meine Kollegen auch. Wir sind alle in verschiedenen Berufsfeldern unterwegs. Und wir haben dann eben Dienstwochen. Die sind abgestimmt. Wir haben einen Dienstplan und jeder weiß genau, wann er Dienst hat, wann er Bereitschaft hat. Und das sind dann ein paar Tage hintereinander, Tag und Nacht. Da hat man dann den Piepser, bekannt vielleicht auch aus der Feuerwehr. Und wenn der klingelt, dann lassen wir alles stehen und liegen und laufen los oder fahren los. Und wie lange machen Sie das schon? Ich mache das jetzt seit sieben Jahren in Ulm. Wie kam die Idee dazu? Die Idee kam tatsächlich, also ich hatte schon im Studium einen Schwerpunkt auf dieser Notfallpsychologie und fand es schon immer sehr interessant. War auch schon immer im Ehrenamt tätig und habe mich einfach dann irgendwann so nach dem Studium versucht, so ein bisschen umzuorientieren. Im Ehrenamt habe ich mir überlegt, was könnte ich denn vielleicht gut und was würde mir gefallen, was reizt mich und das war dann eben die Notfallseelsorge. Wie kann ich mir das vorstellen? Was müssen Sie alles machen? Was für Ereignisse erleben Sie und wann werden Sie eigentlich gerufen? Es ist so, wir haben im Jahr, im Moment sind wir bei 350 Einsätzen. Also wir haben fast täglich Einsätze, mal mehr und mal weniger natürlich und da ist viel dabei. Die Bandbreite ist da recht groß. Unsere Hauptaufgabengebiete sind die Betreuung von Betroffenen und die Betreuung von Einsatzkräften. Diese zwei Säulen, darauf stützt sich die Notfallseelsorge. Und bei den Betroffenen geht es darum, äußerlich unverletzte Angehörige, Freunde, Augenzeugen und so weiter zu begleiten. Und da eben in der Notfallsituation, also in den ersten Stunden da zu sein. Was war denn Ihr erster Einsatz? Mein erster Einsatz war die Überbringung einer Todesnachricht nach Suizid an die Eltern und die Geschwister. Das ist ja mal wirklich das Heftigste, oder? Was dann so passieren kann? Ähm, die Überbringung der Todesnachricht ist tatsächlich, ähm, ich glaube sogar der meistgenannte Einsatz bei uns. Passiert häufig. Es ist gut, dass die Polizei uns mitnimmt. Deshalb sind wir eigentlich froh. Die Polizei überbringt die Todesnachricht. Und wir sind froh, wenn die Polizei uns vorher informiert und uns fragt, ob wir vielleicht gleich mitkommen können, ähm, um die Familie eben in so einem schweren Moment zu unterstützen. Wie lange bleiben Sie denn dann bei Angehörigen? Man kann ja nicht sagen, so, ich habe Ihnen jetzt alles erzählt, 60 Minuten sind rum, ich gehe jetzt dann mal, oder? Das geht ja nicht. Zwischen fünf Minuten und ich würde sagen acht Stunden. Also das muss man sich jetzt schon so vorstellen, dass Sie je nach Situation einfach sitzen bleiben, oder? Bei der Familie sitzen, bei den Menschen sitzen. Genau, genau so ist es. Wir bleiben da und wir halten mit aus. Wir fahren auch manchmal mit den Angehörigen noch irgendwo hin, ja, also um zum Beispiel den Verstorbenen zu sehen, ja, oder zu anderen Verwandten. Die Situationen gestalten sich ganz unterschiedlich und wir lassen uns da drauf ein und sind einfach da. Und die Zeit hat sonst keiner. Die Polizei oder der Rettungsdienst, die haben die Zeit einfach nicht. Wenn Sie sagen, wir halten aus, wie hält man sowas aus? In der Situation, im Einsatz sind wir mit da, wir sind einfach da. Und manchmal ist es nur schweigen, stillschweigen, eine längere Zeit, das ist mitunter das Schwierigste. Manchmal ist es aber tatsächlich auch reden, zuhören. Und im Nachhinein gilt es natürlich auch, solche Situationen auszuhalten. Da muss jeder seinen eigenen Weg ein bisschen finden. Wir haben natürlich eine gute Unterstützung im Team, wir haben da viele Angebote. Ich persönlich habe ein gutes soziales Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann. Aber wie gesagt, jeder geht da anders damit um. In Ihrem Team sind dann nur Psychologen und Psychologinnen? Nein, es sind gar keine anderen Psychologinnen und Psychologen da. Doch mittlerweile eine, Entschuldigung. Es sind ganz viele verschiedene Berufsgruppen vertreten und das ist auch so toll. Und das ist auch das, was unser Team ausmacht. Wir haben Menschen mit einem theologischen Hintergrund in der Notfallseelsorge. Wir haben Menschen mit einem sozialpädagogischen Hintergrund. Und da mischt sich das Feld ganz bunt und das ist auch ganz wichtig und ganz gut für unsere Arbeit, sehr wertvoll. Das glaube ich absolut. Das ist ja etwas, was ich immer ganz wichtig finde zu sagen, das vergisst man so schnell. Es gibt dann immer so Ehrenamtsmessen und dann gibt es mal so einen Ehrenamtstag. Da erinnern wir uns alle daran. Aber tatsächlich ist es ja so, dass unsere Gesellschaft, die funktioniert ziemlich gut. Das System ist ganz gut, glaube ich. Diese Zahnräder sind richtig gesetzt. Aber dass das Ding schmiert und geschmiert wird, liegt am Ehrenamt. So würde ich das jetzt mal bezeichnen. Ganz oft gibt es eben Situationen, wo wir ohne Ehrenamtsmenschen gar nicht auskommen würden. Die Notfallseelsorge, haben Sie vorhin gesagt, da sind Menschen da, die nehmen sich einfach die Zeit, die sonst keiner hat. Was hat denn diese Arbeit in diesem Ehrenamt mit Ihnen gemacht? Naja, ich habe grundsätzlich die Einstellung zum Ehrenamt, dass ich denke, jeder sollte versuchen, einen Teil seiner Zeit einzusetzen, ehrenamtlich, unentgeltlich, um vielleicht ein Stück weit was Gutes zu tun. Die Notfallseelsorge stärkt mich da regelmäßig drin, dass es richtig ist und wichtig ist und gut ist. Ich selber habe natürlich so ein bisschen eine andere Einstellung zum Leben gewonnen. Ich schätze viele Momente viel mehr. Allerdings ist auch die Sorge natürlich manchmal ein bisschen größer geworden. Ach, tatsächlich, ja. Also, wenn zum Beispiel Angehörige von mir unterwegs sind, ich länger nichts gehört habe. Je mehr man weiß, was passieren kann, was es so alles gibt auf der Welt, desto mehr Sorgen macht man sich natürlich manchmal auch. Was sind denn so die schwersten Einsätze für Sie? Die meistgestellte Frage, und ich kann tatsächlich keine richtige Antwort darauf geben, natürlich sind Einsätze, vor allem mit Kindern, sehr schwierig. Eine schwierige Situation, die immer wieder vorkommt. Ich habe vorher schon gesagt, wir überbringen mit der Polizei Todesnachrichten. Wir treffen uns dafür üblicherweise vorher schon mit der Polizei und wir besprechen, was ist das für eine Familie, was wird uns erwarten, wie überbringen wir die Todesnachricht, welcher Polizist wird was sagen. Und das ist für mich persönlich eine relativ schwierige Situation, dieser Moment, in dem ich weiß, jemand ist verstorben und ich weiß, aber die nächsten Angehörigen wissen es noch nicht. Das macht manchmal so ein Gefühl, vielleicht als wäre es ein bisschen unfair, den Angehörigen gegenüber das schon zu wissen, dass zum Beispiel das Kind verstorben ist. Was hat Sie denn im Nachgang mitgenommen? Manchmal gibt es ja auch Situationen, die erlebt man und denkt sich nicht viel dabei und so ein paar Tage später oder ein paar Stunden merkt man, hoppala, das ist ja immer noch da. Fast jeder Einsatz begleitet mich noch ein paar Stunden oder ein paar Tage im Nachhinein. Es sind keine Einsätze, aus denen wir nach Hause gehen und dann ist alles vergessen und vorbei. Bisher zum Glück, toi toi toi, hat mich noch kein Einsatz sehr lange so intensiv beschäftigt, dass ich mir hätte Sorgen machen müssen. Aber klar, Bilder und vielleicht auch bestimmte Situationen spielt man doch immer noch mal durch, die kommen wieder, die sieht man dann noch mal. Gerade wenn man vielleicht wieder so ein bisschen die Ruhe findet nach dem Einsatz, dann kommt das schon noch mal. Sie haben es uns schon so ein bisschen geschildert, was es alles für Einsatzarten gibt. Sie haben vorhin auch gesagt, es gibt so einen kleinen Pieper. Der geht dann los. Was passiert denn mit Ihnen, wenn dieser Pieper ein Geräusch abgibt? Naja, ich habe ja auch schon gesagt, meistens bin ich, ich lebe mein Leben in dieser Zeit ganz normal weiter, wenn ich Bereitschaft habe. Das heißt, ich bin entweder beim Arbeiten oder ich bin irgendwo unterwegs, ich bin beim Einkaufen. Und dann ist es im ersten Moment natürlich so, dass ich ganz schnell überlegen muss, wie kann ich jetzt am besten alles stehen und liegen lassen und losgehen. Das heißt, ich habe all meine Sachen schon vorbereitet. Meine Einsatzjacke, die ich immer trage im Einsatz, liegt bereit. Mein Autoschlüssel liegt bereit. Und dann rufe ich erstmal auf der Leitstelle an und frage nach, was überhaupt passiert ist. Ich brauche erstmal konkrete Infos. Ich muss wissen, wo ich hin muss. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Dann sitze ich schon im Auto. Klopft da das Herz? Ja, immer. Und das ist auch gut so. Das muss auch so sein. Ein bisschen Anspannung muss dabei sein. Sonst könnten wir den Dienstgleich so auch nicht machen. Man kann es nicht einfach so hinnehmen und nebenbei machen. Man muss da voll dabei sein. Wer kann denn alles bei der Notfallseelsorge mitmachen? Könnte ich jetzt sagen, ich bin ein empathischer Mensch? Ich traue mir das zu, so eine Ausbildung zu machen? Oder wie läuft das ab bei diesem Ehrenamt? Grundsätzlich kann sich jeder bewerben, der in Ulm oder im Alp-Donau-Kreis wohnt. Für die Notfallseelsorge hier speziell. Was wichtig ist, ist, dass man einer Kirche zugehören muss. Weil unsere Träger einfach die Kirchen sind. Über 24 Jahre wäre schön. Der berufliche Hintergrund ist erstmal zweitrangig. Wenn diese Vorgaben so weit erfüllt sind, dann kann man sich da gerne bewerben. Wir haben auf unserer Homepage ein Kontaktformular. Da kann man sich gerne bewerben und dann werden wir das in einem persönlichen Gespräch klären. Und dann gehört natürlich eine Ausbildung erstmal dazu. Hat die Pandemie nochmal für mehr Einsätze gesorgt bei Ihnen in der Notfallseelsorge? Die Pandemie selbst würde ich sagen nein. Dennoch möchte ich es nicht von der Hand weisen, dass Menschen, die vielleicht auch vorher schon psychisch belastet waren, durch die Pandemie vielleicht nochmal so den kleinen letzten Schubs bekommen haben, der vielleicht noch gefehlt hat, um eben doch in ein größeres Loch zu fallen. Was gibt Ihnen denn dieses Ehrenamt? Weil ich habe vorhin und eingangs gesagt, wenn man sie sieht und sie kennenlernt, dann lächeln sie erstmal ganz breit übers Gesicht. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, auch wenn wir hier so über diese wahnsinnig ernsten und sehr schweren Themen manchmal sprechen, dass das eine Schwere auf einmal da ist. Was gibt Ihnen dieser Ehrenamtsberuf? Es ist vielleicht manchmal schwer vorstellbar, dennoch passieren in diesen Einsätzen auch gute Dinge und manchmal sogar lustige Situationen, schöne Situationen. Und ich gehe grundsätzlich erst aus einem Einsatz, wenn ich das Gefühl habe, die Familie ist vielleicht auf einem ganz guten Weg und wir haben da gemeinsam vielleicht einen Lösungsweg gefunden. Das ist grundsätzlich ein sehr gutes Gefühl. Und wie gesagt, es gibt teilweise auch wirklich sehr schöne und auch lustige Einsätze oder Momente zumindest in Einsätzen. Und immer wieder erfahren wir eine große Dankbarkeit. Das ist schon viel wert. Wenn Sie sagen lustige Momente, nehmen Sie uns mal mit, was kann da passieren? Naja, also nehmen wir an, wir sitzen acht Stunden in einem Wohnzimmer. Auf dem Sofa liegt ein verstorbener Angehöriger. Der erste Moment war ein großer Schock. Die Angehörigen sind da und nach einigen Stunden setzt sich dieser Schock vielleicht auch ein bisschen. Und dann werden Geschichten ausgepackt und es wird erzählt und es werden vielleicht alte Fotos angeschaut. Der Verstorbene mit in der Runde, die Angehörigen drumherum. Und das ist ein Moment, da bin ich sehr dankbar, dass ich da bei Familien dabei sein darf überhaupt. Es ist ja auch keine Verpflichtung, uns anzunehmen. Ja, und das sind eben manchmal auch sehr lustige Situationen. Das kann ich mir vorstellen. Und für Angehörige ist es ja auch wahnsinnig wichtig, dass sie lachen dürfen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ganz viele Menschen sagen, darf ich jetzt lachen? Das ist jetzt pietätlos. Aber Lachen gehört ja zum Leben. Und die, die noch leben, dürfen das dann auch. Genau, also das ist auch so mit der Punkt, den wir versuchen, den Menschen zu vermitteln. Orientiert euch nicht zu sehr an den anderen Menschen. Denkt nicht zu viel drüber nach. Was könnten jetzt die Nachbarn denken? Was könnte der Bestatter denken? Das ist in dem Moment vollkommen egal. Und das muss man den Leuten manchmal vermitteln und ihnen zeigen, dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Und auch in so einer schweren Situation. Sagen Sie, wenn Sie dann wieder fahren. Sie haben vorhin von Ihrem Auto gesprochen. Gibt es so ein Lied oder gibt es überhaupt Musik, die Sie dann da hören auf der Rückfahrt? Ganz bewusst manchmal vielleicht auch? Auf der Rückfahrt ist es oft so, dass ich tatsächlich da gerade keine Musik höre, um mir diese Zeit auf der Heimfahrt nochmal zu nehmen, um das nochmal Revue passieren zu lassen und mir zu überlegen, muss ich vielleicht doch noch im Nachgang irgendwas machen, noch was erledigen. Weil es für mich so ist, dass ich dann eben gerade, wenn ich zu Hause angekommen bin, diesen Einsatz so gut wie möglich ablege. Und sobald ich in mein Auto steige, ziehe ich meine Jacke aus, meine Dienstjacke, streife damit natürlich auch so ein bisschen den Einsatz von mir. Und dann ist da nur noch die Anna im Auto? Dann ist da im besten Fall nur noch die Anna im Auto. Und wenn da noch ein bisschen Einsatz dabei ist, ist das vollkommen okay. Die Jacke liegt ja neben mir. Aber man muss natürlich schon schauen, dass man dann einigermaßen zügig ein bisschen Abstand dazu gewinnt. Umso schöner, liebe Frau Ruschka, dass Sie das machen. Wirklich. Aus vollem und tiefstem Herzen danke für dieses Ehrenamt, das Sie jetzt schon seit sieben Jahren bekleiden. Und natürlich stellvertretend heute an Sie der Dank für alle, die in Ihrem Team sind. Und natürlich auch überall anders in Deutschland, die bei der Notfallseelsorge arbeiten. Ehrenamtlich, wenn der Piepser angeht, wenn schlimme Geschichten passieren, wenn aber das Leben einfach so ist, wie das Leben manchmal ist, dann gibt es eben so Liebe und gute Menschen wie Sie, die dann da sind und uns zur Seite stehen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich wünsche Ihnen nur das Allerbeste. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.